Moin Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Slender Christmas Special. Oh, das sieht schön aus. Die Musik ist wirklich mal was ganz Neues. Macht richtig Party-Laune. Steht auch schon noch Art Slenderman. Ah, fetter Sound. Man fragt mich nicht, wo hier irgendwo alte Seiten liegen. Ich weiß es noch nicht. Noch nicht. Da ist noch ein größeres Haus. Ist da vielleicht eine Seite drin? Nee. Ich bin nicht auch mal wieder zu blind, obwohl... Gibt's eigentlich Seiten? Nee, ne? Es gibt sowas. Ah, okay. Ich hab schon so lange kein Slender mehr gespielt. Da war ich auch eine Weile richtig froh drüber. Wir sammeln also Geschenke. Okay. Oh, was war das? Ich hab gerade schon gedacht, der wär da. Irgendwie hat das Licht geflackert. Aus welchem Grund auch immer. Ein Schneemann. Ah, ah, ah. Was ist das? Yay! Wir sind so gut, um wahr zu sein. Die Musik versetzt echt ein Party-Down, ne? Ich wäre echt dafür, dass sie bleibt. Das ganze Spiel geht jetzt über. Ich hab so das Gefühl, das wird sie auch. Wie viele Geschenke haben wir jetzt eigentlich? Zwei von, von... Ich weiß gar nicht. Nein, Musik nicht ausgehen. Bloß nicht. I will kill you. Das ist gerade das Einzige, was mich noch bei Stimmung hält. Ah, ah. Christmas Dance. So, waren wir hier schon hinten? Doch, ja. Ach, ja. Merry Christmas. hoh 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 ähm ja, okay 3 von 8, ach sind wir gut, wie lange haben wir gebraucht, ganze 3 Minuten, ich glaub wir spielen gleich noch mal ähm ha, wunderherrlich noch gerade die Taschen ausschalten ich schenke da noch mal gerade was zu trinken, ich hab nämlich gerade richtig Durst das hier ist jetzt meine neue Lieblingsmap definitiv so also uns erfolgt kein Slenderman, sondern ein Weihnachtsmann muss man auch erstmal gesagt bekommen war da vielleicht so ein Dingens drin? ich weiß jetzt schon gar nicht mehr wo hier so ein Dingens war und wo nicht ich werde halt auch nicht jünger mein Gedächtnis auch nicht aber ich glaub hier irgendwo war was, oder? finden wir es raus? nö nur Schneemann servus ja, ich hab gerade schon gesagt, warum flackert das jetzt schon? what the fuck soll der Scheiß? alter alter ich find keine Geschenke ich glaub der Slender und alter Weihnachtsmann hat doch eins für mich ah, wunderherrlich wir gehen jetzt mal da langs also ich würde sagen, wenn das hier rum ist, dann äh lassen wir es auch, weil ich will heute nicht so viel Nervenkitzel haben ich will demnächst nämlich noch Babyboost fertig machen und dafür brauche ich auch noch ein paar Nerven aber im Moment ist das ja eigentlich ganz chillig also wie gesagt, das ist meine neue Lieblingsslenderman oh I hate you what geht denn jetzt ab? meine Taschenlampe ist aus puh ah sollte mir das jetzt so denken geben, dass die kurz nicht gehen eine magische Lampe ah da ist er der Weihnachtsmann lauf sacke ist er, oder wie? ah nee, doch nicht ah, da geht's raus yes weggebrass komm ich da durch? nein puh er hat mich noch eins ah, das ich grad für Luchsaugen hatte ey Augen wie ein Ohr, was war das denn? wollt schon grade sagen pff boh RENN-HIPE! RENN! Lauf wie die Kanikel aus dem Hobbit! Ahaaa! Happy Christmas! Danke dir auch! Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal wieder. Zweimal haben wir es probiert. Und wir waren diesmal, glaube ich, sogar eingeschränkt weiter als beim letzten Mal. Hui, Steigerung. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Also es war echt sehr chillig mit der Musik. Es hat echt gefallen. Also in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Dixabix. Ciao.